Zehn Jahre alte Zeitkapsel. Wir erinnern uns an die Zähne. Zehn Jahre alte CD. Ich muss wissen, was für ein Filmchen da drauf ist. Was ist das? Das Theater steht heiß. John, schaffst du eine Zoll? Das bin ich. Ist das eine Zigarette? Bin ich John? Was mache ich da? Hab ich sie umgesagt? Was ist das denn? Bin ich John? Ich hab so viele Fragen. Salut Jenny! Ich hab ne verdammte Dreiviertelhose an. Der Fit hat ja Drip. Ich nehme die Rose. Ich hab nen Brautstrauß geworfen. Wieso so hole ich mir die Jungs? Oje, ich bin so komisch. Das hat die Französischlehrerin mit uns gemacht.